es geht weiter heute mit der nächsten teil der karriere und herzlich willkommen zurück zu grid und wir machen weiter mit der racing icons gt40 ja also sind immer nur ein rennen also immer heute relativ schnell durch oder die nächsten tage relativ schnell durch und dann sind wir bald durch mit dem teil hier sowas na dann hoffe ich mal dass ich sowas hinkriegen drei runden zeit das ist das von uns steht keine zeit für die teil hier in silveston es ist ein tag was denkst du kristen naja ein rennen bei nässe kann man sich so vorstellen du kannst zwar schnell fahren aber du brauchst mehr platz und geschwindigkeit abzubauen die man sonst schnell nehmen kann könnten zu einer rutschpartie in die wand alles klar ich denke uns erwartet ein großartiges rennen wir sind gleich wieder da na dann mit uns diesen teil mit der kreis drei runden zeit die schätze und zu fahren das was sie meinte diese kurve den mann weise schnell gefahren werden kann letztlich eine rutschpartie und da hat uns auch viel das weggefahren überfassen geholt ja und damit ist die runde schon umgültig vielleicht raus gerutscht bin ich habe gewusst raus gefahren aber raus gerutscht so den kassieren wir schon mal aber müssen wieder mal eine zweite runde setzen ansonsten geht das rennen hier ganz ziemlich in die und die bensin da möchte ich auszubremsen ja das ist mir klar aber ich kann mich mittlerweile schon fast vorne so versuchen wir es doch mal wir hätten die erste runde schon drin aber scheinbar hat er uns die runde doch genommen wer hat auch nicht wir sind 16 da wir haben noch keine zeit gesetzt aktuelle westzeit als zwei minuten erhilfe an der flüge der spitze die müssen wir packen so jetzt krieg ich da mal rein ich bin ein bisschen vorsichtiger dass ich hier nicht unbedingt die ich zwar einfach ich muss die zeit gesetzt bekommen frühzeit auf jeden fall ziemlich böse ausgehebelt ich denke ich habe links vorbei momentan nähen die zeiten ganz gut aus das würde mich ist eine kleine strafe wenn man wirklich von der schrecke rutscht jetzt gerade ein bisschen piano hier dann sind wir eine sehr gezeite drunter zu setzen so das war der erste runde ist in zwei minuten einsam also gut zehn sekunden vor damit haben wir zumindest nicht für den druck um die zeit gesetzt zu bekommen wir haben eine auf jeden fall gesetzt und wir stehen auf 1 und 2 das ist ein top halt im politischen spray sogar jetzt ich muss jetzt ein bisschen runter ich hoffe dass er jetzt nochmal eine zeit gesetzt bekommt ja da haben wir schon etwas verloren eine halbe sekunde hier das ist ja eigentlich die formel 1 box da einfach von sebastian das werden dass wir ja vorgestern hatten in der karriere zumindest das ist ja so böse verkackt habe zu schreiben falsche strategie und haben es so viel spekuliert gut halt auch der frühstart der männern und ist das ein kaputt gemacht hat das hat ja geklappt wenn der regentwürdig kommt ja warte mal einen Moment ich muss mal gerade gucken wenn der gar nicht klingelt komm anziehen kollege ich bin ich auch noch ja du hast bis vorne damit ist das komme ich nach der erste ich weiß jetzt nicht wie unsere kompletten zwischenzeiten auch wenn es reicht um nochmal die runde zu drücken nein es wäre nochmal eine schnelle runde gewesen aber die zählt nicht da sind wir mit dem rausgekommen aber jetzt auch egal wir haben es geschafft wir haben jedenfalls vor wir sind vorne fünf das war glaube ich eben schon die zwischenzeit haben wir haben unser wir haben uns auch in dem jahr gewonnen so ist es jedenfalls auf jeden Fall platz 1 in dieser wertung endlich mal wieder ein sieg das war ja schon etwas länger hält sich mehr gut da sind wir durch und wir sehen uns wieder haben mit dem nächsten teil racing icons mobbidek ebenfalls time attack in brandst diesmal naja lassen wir uns dann morgen an 14 uhr bis dahin und auf wiedersehen bei let's play quit